hallo hallo willkommen vor einer neuen ach keine ahnung super anfangen den tag nehmen wir schon wieder also das war jetzt ja wirklich traumhaft die anmoder dazu war doch so geil oder die war echt schön also mir gefällt die automatisch viel besser als dir wenn ich schon hier oder erster werden da wenn es nacht ist tot und sterben mach er selber nachts wieder runter time set 23.000 haben sie schon gemacht 6600 ach ne 66.000 jetzt kann ich nicht schlafen weil wir monster in der nähe sind was soll denn die scheiße was ist auf den jetzt warte mal ja ich mach schnell difficulty ja mach mal difficulty das ist wieder tag nein wenn das tag ist vielleicht zitter hier voll weil ich erster werden will will ich verkack endlich so hier bin ich achten da kann sich jetzt hinpennen niru du hast mich schon weiter jahre mit der fahrt ihr schafft ein alter der hat doch bestimmt gespielt ja lol oh gott manche ich mag nicht schon gewusst was ich mag denn dann mann ich mag jungen war aber auch nicht wissen ich mag jungen was magst du jungen ruhen jungen ruhen jungen ruhen ja super ich mag ich mag ja ich hab's gesehen ich mag super und tun super und hohen alter meine maus ist jetzt schon total verschwitzt ey das wär ja auch jeder wissen Mann Willi meine maus schwitzt wie wie kommen wir denn über diese holzblöcke da weiter gar nicht man muss cheaten ja bestimmt warum hast du eigentlich gerade Mann Willi gesagt habe ich auch irgendwas gemacht ich hab nichts gesehen du bist genau vor mir gesprungen achso oh gott nein bum weißt du deshalb bin ich zu früh abgesprungen und alles Mann ey ey das down krieg ich noch nicht mal hin ey da ist es ja scheiße ey ach ja der ist ja immer noch da unten immer noch ja bin ich da unten als ob das selbstverständliche naja ach ey ist scheiße dennny warum springst du nicht von hier keine ahnung wie einfach was von zur leiter damals ach Gott nein meinst du direkt zur leiter nein ja den einbocken einfach auslassen oh leil hui bum okay hui bu so einer scheiße hui bu das danny das danny gespenst das danny gespenst das danny gespenst das danny gespenst ähm mit du ey alter der klatsch da vor mir auf ey meine fresse da kann man sich aber erschrecken hier popisch schon wieder leise popisch schon wieder leise wie sauer ja verstehe ich auch nicht ey äh ich bin bei ganzem mikrofon vielleicht hat er sein mikrofon auf leise gestellt äh das geht bei mir nicht bei mir klar hat er extra umgestellt auf extra leise damit man nicht versteht ich öffne das inventar statt zu shiften ja hab ich gestern auch gemacht also gestern ne das war letzte aufnahme meine ich natürlich haben wir gesagt was wir aufnehmen ne oder ähm naja doch das ist doch adventure map glaube aber oder season aber ich bin mir da nicht so sicher es ist season ja denn ihr habt neues haus gebaut ja ich denke jetzt hier ist das was wir diesen schön geredet hat was hast du denn hier gebaut und so genau das war das ach so das ja stimmt ich habe fast vergessen ich habe letztens durch zufangen ja 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 der klinge raste ein rappel kriege ich ein rappel da krieg ich so ein rappel da rastet es in der kiste ja wenn du das übersteuert ist auch leise ne ja wie willst du das mit der leiter schaffen alter willst du mich verarschen mann ich schaffe diese leiter nicht das überhaupt nicht warum schaffe ich leider nicht ich bin immer noch bei ja du gehst auch scheiße ja du bist auch scheiße ich komm runter zu Thorsten hui tot ich komm runter zu Thorsten du kannst ja begatten da unten das ist ja nicht von dir denn ne ich komm runter zu Thorsten Thorsten so guck mal hier oh Thorsten ey ok dann helfe ich dir diesmal nicht nein oh gandinnang ich komm doch nicht weiter ey soll ich dir was sagen Thorsten ich hab dir grad ein bisschen geholfen und du hast es versaut deshalb helfe ich dir die alte halten nicht nochmal hui ja das versteht sich doch von Selbigum von Selbigum? ja oh da ist nein 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 er hat mich untergab er hat mich untergab geh weg ich muss lachen was machst du denn? ich muss lachen wenn ich lache hau ich auf meine Maus lol oh ja runter gefallen oh hallo Thorsten hallo Wilms mann geh weg mann Wilms mann du was machst du? da schaff ich das einmal da waren noch so ein paar Popelsprünge und dann hallo Thorsten die Popelsprünge die 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 wo er hat wir müssen was noch Menschen er war über bis das denn achthus in den hier noch das wie also es gibt mich schon auswählte der Punkt bringt wo wäre es am machen die aber aber wenn ihr gar nicht so lange machen ja ach Gott ich komme nicht mehr um diesen komischen wie lange man hier fällt schaffst du wieder holz ja der schiede doch fliegen ich habe noch extra runtergeschmissen gerade ja und danach habe ich es gleich im nächsten one geschafft ja ja quatsch nicht dann ist bei mir in der wand oder eigentlich sprung aber jetzt habe ich verkackt aber ich brauche runterhauen wo bist du denn bei blatt jetzt auch das ist auch total easy ja das ist einfach ohne spaß weil das einfach wieso ist nie ein wasserbecken wie kommst du da hoch einfach springen ich hab's geschafft das ist doch scheiße ich komme nicht mehr auf diese leiter darauf aber wie sie das geist wenn man unterfällt manche verraten das noch nicht nicht springen oder was doch mal klar springen am besten nur springen doch doch wenn die falsche richtung ja das ist eine gute idee denn ich stehe nicht in mir ja ich habe ja auch nicht gesehen ich muss mal re-connecten danni hat richtig gut gemacht man ist eigentlich mal propels aufgabe ich habe jetzt gerade 150 frames alter richtig was folgen ich habe auch 150 vorhin gemacht schon das ist für dich auch nicht normal also dieses dieses wasser ding ist mir zu hoch das vogelbecken ist zu hoch ich habe es geschafft hat man es gehört ja ja wir gehen wir mal raus hier geht die katze für dann dann die los denn die katze verhungert sonst noch das ist damit eine worte ja ich hätte blatt was geschafft das gibt es irgendwo pokémon edition ja blatt grün oder ist jedoch wenn ich es vom weg hier denn ich geht schon wieder ja dann ist abkau alter auf die schatz im weg da ich habe nichts gesehen also vielleicht dass ich hier gerade was klären muss ja darfst du nicht der männern gehen der katze füttern nein da haben wir einen katze mann aus den zehn müheimer meinst du mal wieder dein rennenrad ist aber gar nicht eine aufnahme gewesen dass ein insider in keiner kennt das stimmt scheiße war ein lustiger ein insider bestaßen wie willst du das mit den leitern schaffen die ich nicht nicht kriegt das immer kriegt wir hatten mich doch man denn ihr willensmann stimme ist wie ist da gar nicht meine aufnahme während schwarz egal ich will wohl wo mal ein komisch muss und ein bisschen das werden dort in den nächsten Politik geht gar nichts pfurt woher wird der nicht nur die Welt das macht so richtig muss nicht kratzen gut geworden betrutet ja entticht ich bin ich getötet worden benötigt worten sie wollen was schweifel Blöcke Dieter alte mann mann stein ist doch bei die kacke hier ja die braucht ich auch nicht mit demnächst Nein, meine auch denn die muster sein ja das ist besser benutzt Nein Aber dieser immer nur dieser einer Unglaublich Ja gut, okay man manchmal auch andere Sprünge nicht aber Gott ey, was sind die für ne Scheiße ey Alter, wisst ihr was, wir haben bei Blättern so extrem abgekürzt ne Wieso, wir haben da, warte mal Eins, zwei, drei, vier Blöcke abgekürzt Oh nein, vier Blöcke Oh mein Gott Tossi rett Esther weiter Tossi will ich die Blätter nochmal angucken Ich wollte einfach mal Oh man, nee, ich hab den Blöcke geschafft Ja Ja Ja, bitte Ja, du hast mich angesprochen, ich dachte, du wirst mich angreifen oder so Fütter Dennis Katze Mann, ey Boah Ich stand grad ganz friedlich aufm Block und du wohnst auf dem Block und leg mich runter Ja, ich hab dich angesprochen, hatte Angst, dass du mich haust Oh nein, Danny Ich hatte Angst, dass du mich haust ey Reventivschlag Gibt's in der Kriegführung auch Nicht, nicht, nicht Mann Die sind, glaub ich, zurückgeschlagen Jetzt hauen die dich hier, die ganze gegenehltig Unglaublich Übersteuert Wo muss man eigentlich als nächstes hin nach da hoch Ach Gott Ich stehe in der richtigen Richtung, aber war ich nicht Oh fuck ey LOL 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 Nein, nein Gott Warte Warte ich schonmal an dieser, an dieser Leiter, oder? An welcher Leiter? Na, an der, an der ersten bei Goldblock Ja, an der ersten, ja, an der zweiten auch, aber an der vierten nicht mehr Du bist ne Tosni Ist runtergefallen Oh Gott, Gartina Gartina Ich haus'n Tosni Oh nein Du warst nur mit Tosni Ey, nicht Danny Tosni Oh Gott Oh nein Ey, warum haus'n mich runter, ey, sag ich unfair Oh nein Tosni kämpft da oben Haha Du Camper Du Camper, du Nein Nein Ich hab keiner weiß Denny, wir machen, wir machen Frienen, okay? Aber nur wir Ja Tosni das nicht los Nein Mano Ich kann nicht rennen Ich kann nicht laufen Nein So Oh, ich hab's aber geniehen, genau Ey, Tosni ey Ahm, bam It's all, oh Das war ja richtig stark, Tosni Am besten mach's weiter so Nimm 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 Ah, ich kann nicht mehr Du kannst nicht mehr Oh, ich kann nicht mehr Wir müssen ne Pause machen Nein, oh, das ist doch kacke Nein Alter, wie ich immer anderthalbherzen behalten und nochmal springen muss, ey Ja, warum? Ja, warum? Ja, warum? Hm Das ist immer die Schechte so witzig, ey Oh, Tosni, du riechst nach Kacke aus dem Mund, ey Als ich eben bei dir war, ey Aber richtig Oh, dritte Leiter Das war noch ein einfacher Sprung Danach, irgendwie fahr ich ganz nicht runter Irgendwie ein bisschen bollig Ja, dritte, dritte Leiter ist auch eigentlich leicht Nein Sind die erste Leiter ist die schwerste von hinten? Ja, finde ich auch Nee, ja, okay Ja, mach doch Nein Soll er machen? Ich komm erst wie so aus dem Wettkampf raus Also Alter, komm, ich bin... Und erstens Ich werde eh nicht erster werden, hier bestimmt Und jetzt wird er erster, weil er sich bald auslässt Das wird er aber eh nicht sehen Alter, bin ich bei mir in der Wand Ja, du war bei mir auch oft Ja, Danny, bist du bei mir auch manchmal? Ja, jetzt schlaue ich dir, Thorsten, ne? Mal alles nachsprechen Damit es nach wird In der letzten Aufnahme Ich dachte, das wäre ein Bug von meinem Computer Aber anscheinend nicht Was war ein Bug von deinem Computer? Na, dass ihr manchmal in der Wand lauft Nee, das hat mit Minecraft zu tun Nein, ich glaube, das liegt an seinem Computer Er muss sich einen neuen holen Oh, nee, jetzt gibt es wieder nichts Ey, Danny, wirklich jetzt? Ach, das ist doch eine Kackawurst, ey Kackawurst Ich habe mich verteidigt, du springst nicht immer an Ich krieg Angst Ah, das ist doch Was soll das denn? Er ruft mich und fällt runter Wie? Ich hab dich nicht gehauen Ja, was soll das denn? Du bist selber gefallen Ja, und? Ich hab den nicht losgehauen Ich fall, wann ich fallen will Au a Oua Alter, meine Erde ist genauso scheiße, äh Ja, deswegen Me, 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 me Mö, me Die schlimmste ist, glaube'n, diese Reiter also probieren das ist einfach so nach erde wird es leichter was war denn erde ach so dass die erden habe ich aber auch kacke ja stimmt das recht danach hat tausend jahr gespielt ist ja so wie und so wie immer alter wie weit man fängt selbst wenn ich bis ganz unten kommt ach gott ist auch alles scheißwurst muss ich eigentlich alter wie viel leitern hier noch kommen ich bin nicht ich bin hier gerade auf diesem scheiß ich sag doch ab da kommen es doch schwierig erst mal schnell der sprung ist der schwierigste von 1 ich hasse diesen turm er komme ich nicht rein ich hing an der 6 6 10 leiter an der sechsten das habe ich gerade wenn die werden wir hatten packt ja weiß ich schon ja klar immer wenn wir haben wir schließen die packt noch mal mit dem schlag dass ich dich runter habe okay wollte es das so gott weil ich bin von konzentriert nein ich möchte meine form von letzte aufnahme zum schluss wieder haben ja die war gut also voll konzentriert was sagst du ja das war wirklich geil ja jetzt schießt noch rum wie arm ist das denn ne 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 ich will hier mal was testen ja klar ich will mal was testen ja in der aufnahme testen mal bitte mann alter bitte mich doch nicht abschießen ich will dir damit sagen dass du das falsch machst ne ich will damit sagen dass du das falsch machst ja er macht das nein ne aber du hast es wirklich falsch gemacht ne ja du brauchst hier nicht wieder zu machen also nicht wenn du drauf stehst ach so das stimmt allerdings du brauchst du brauchst immer bloß zur nächsten springen ne ach so höchst ich nicht soll aber du ist ja kein ding ja warum brauchst ich dich entschuldigen du bist so kack du oh gott oh gott oh gott er schießt mich hier von unten ab ich nicht ich hab gar keine ich schieß auch von unten nein hab ich nicht guckt mich an ich hab nicht mal einen bogen in der hand guckt mich an ich hab nicht mal einen danny immer in der hose gegen das ding gegen das ding so große o gott ich will ich schneller 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 langsam wird krank geben ja kannst du machen weil das bringt sie so nichts ich kann dann kommen wenn ich klar springe mal rüber über die Ja genau, ich krieg da doch nicht in den Speedtrunk. Penna! Danny, du standst da so. Du standst da so. Nein! Mann, ich häng an der Leiter dran und dann, ach f*** dich ey. Ach, das ist doch kacke, ach f*** dich ey. Mann, Danny, du stehst hier voll im Weg. Ja, Danny, du kannst an den Weg gehen. Ja, geh weg. Oh, ist nicht da wirklich ein Speedtrunk? Nein. Viel besser. Unsichtbarkeitstrank. Ja. Das sind nervig, ey. Ich halte Cheater ey. Nee, damit ihr mich nicht mehr seht. Was? Ja, du erschaffst ja einen Vorteil. Ja. Dann nehme ich mit die Flasche hier in die Hand. Ne. Ne, das ist immer noch ein Vorteil. Ich mache das, damit ihr nicht mehr... Das ist ein illegaler Vorteil, Danny. Wieso ist das Vorteil? Das ist ein Vorteil für euch. Wie? Wieso? Damit ihr noch was seht, wenn ihr mit drin seid. Ja klar, man kann ja auch mal ausreden. Es ist Vorteil, dass die Kühe durch BSE dahin gerafft werden. Weil denn... Weil nicht so viel Methan produziert wird. Mann, Danny, deine... Deine Flasche irritiert mega, ey. Ich... Ich denke, hier fliegt eine Flasche rum. Äh, ich habe eine Flasche. Oh, fuck. Ist von Vorteil, dass beim Öffnetzimmer alle Leute gestorben sind. Da war bestimmt ein Arsch dabei. Weißt du, das kannst du immer so... Du kannst immer so argumentieren, ja? Aber ob das Sinn da gibt, ne? So, jetzt bin ich wieder sichtbar. Guuuut. Hier wird man wieder unsichtbar, aber unfair. Ey, Danny. Du bist... Ich stehe immer in dir drin. Ich... Mann! Ich... Der hat gelabert, ich muss ihn unterbrechen. Ja, ja. Leise! Ach Gott, ey. Danny, geh mal abflug. Okay, mach keinen abflug. Hallo! Das gesagt, und jetzt hab ich's gemacht. Hm. Ich wollte eigentlich Vorbild runterholen, aber ich kann nicht runter. Ich... Ich... Ich treff ihn immer gar nicht. Du hast mich gehauen, Willi. Das war die Luft. Das war die Luft. Du bist nicht klar, Willi. Okay, du darfst als erstes. Das war... Das war... Oh nein. Oh Gott. Das war die Dava unten. Weil ich ja auch da rankomme, ne? Ja, deswegen. Hui, Dava! Mann, Danny! Ach, Danny, ey. Ey, Willi. Ich mach' eigentlich ein Fälle, war? Ja. Oh nein. Ey, ich hab' nie, du unfaires Stück Scheiße, ey. Wo ich Poppe hauen, dafür. Mann, Alter. Alter, er hat sich... Er hat sich das gegeben. Was kämpft du denn da? Du hast'n duper... Das war duper Platz und kämen. Ja, der Geschwindigkeitstrank. Ja, warum? Cheaten. Das ist Cheaten. Ja, Poppe wird Geschwindigkeitstrank. Poppe wird jetzt diskreditiert. Ich hab' mir einen Stärke trank, kann mich besser hauen. Arsch. Ich bin mir nachtzig. Das ist ihm sonst angefallen. Ja. Warum? Das... Du kannst da oben... EIN! Obenbleiben. LOL. Du willst obenbleiben? LOL, was fliegen jetzt hier für Tränke durch die Gegend? Och ne, wer hat doch nicht... Ach ne, ey. Denny fängt damit an, die Kinder... die Affen machen nach. Ich mach das nur auch Spaß, ja. Mit Unsichtbarkeitsrang, der überhaupt nichts bringt, ja. Bitte das nicht. Danke übrigens. Ja, bitte. Ich wollte auch mal helfen, weißt du. Boah, das kannst du mal in deinem Leben. Deine Sehens! Geh mal weg ins. Nein! Hallo! Ne, ich will dir helfen. Hab's das ganze geschafft? Ja, ich hätt's eigentlich nicht geschafft, dann hast du mich gehaust und ich dachte ich bisschen weg. Ne, du wirst fast oben gewesen, ja. Oh fuck. Oh fuck. Ich bin doch jetzt drunter gelaufen. FK-Pubel. Wieso war ich das? FK-Pubel, wie am Start? Ja, auf jeden Fall. Ich springe immer über den Block drüber. Ach, ey. Oh, hey, Frames. Hey Frames, ruhig euch mal wieder. Mama trinkt den schon wieder. Wer trinkt? Ja, zwei Tränke. Wer trinkt? Ja, Tränke. Puppe trinkt? Ja, ich trinke nicht. Alkohol und so. Ja, na klar. Ey, ich wollte gerade losrennen und springen und springen. dann Pum. Ich mach's einfach los. Pum. Und ich fall runter. Pum, pum. Nein, du, das ist doch. Ich komm da nicht um diese komische Leiter rum, das ist doch scheiße. Ja, Mann, die sieht das schwer. Mann, nein. Mann, Danny schaue ich noch nicht runter. Woll auf, ey. Danny schaue ich noch nicht wieder runter. Tut mir leid, ich kann's einfach durchlassen. Ich kann nicht ernst bleiben, muss gerade sein. Pum, pum. 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 Mann. Ey, stimmt kann nicht. Mann, ist okay. Alter. Mann. Rache. Okay. Ey. Ich hab den längeren Arm. Oh, Mann ey, ich bin voll beleidigt. Neu. Nein. Scheiße. Weißt du, das war richtig knapp, ey. Wo ist eigentlich Popcorn? Boah, fuck. Weiß ich nicht. Nein. Popcorn? Ja. Ich weiß nicht. Ach, das macht doch Spaß, oder? Danny, wo bist du? Mann, wir wirft ja schon wieder mit Tränken rum, ey. Slaunis, oder was? Nein, Alter, bist du dumm. Ja. Harsch, ey. Harsch, ey. Ach, deswegen hab ich den Sprung nicht geschafft. Hä, wie hab ich damit... Nein. Natürlich. Ich hab mich auch ein... Einmal abgeworfen. Laber nicht. Ich hab gar... Ich hab gar nichts abgeworfen, sondern nur Tosni. Gar nicht, das war nur Popcorn. Nein, das war nur Tosni. Mann, ich... Ich stand einmal durch... äh, neben dir, ne? Und dann hast du mich getroffen damit. Ich hab dich noch nicht einmal abgeworfen. Gott. Gott. Alter. 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 Alter, mit Creative kommt der hier an, Alter. Wie arm ist er denn, ey? Ist der behinderte... Ach, hier. Wobelman, jetzt mach... Mach er in den Map. Oh, Alter. Oh, er wurde gekickt. Oh, ist der Schammer. Oh, Leute. Ich bin jetzt... Oh, Leute. Ich wollte gar nicht aufmarsch selber gehen. Ey, musst du ihn jetzt kicken? Ja, wirklich, ey. Dann muss ich jetzt... Ja, komm, hier, fliegen. Wer hat ihn gekickt, ey. Ich kicken tun gar nicht. Wie ist das gar nicht so voll aus? Das sind Tränke. Ja, ein Creative, ne? Genau. Musst du jetzt ihn kicken, ey? Ja, muss ich. Mann, ey. Mein Gott. Mann, ich bin... Ich bin nicht zu berufig für diese Goldblöcke, ey. Die sind alles zu dumm. Mhm, Tosni. Die Goldblöcke sind echt nicht so einfach, oder? So, okay, ich warte jetzt hier. Ich kämpfe hier. Ich trau mich nicht mehr. Oh. Ich wollte dir mal eine Chance geben. Nein! Tosni, ich wollte dir mal eine Chance geben. Ey, ich komm... Ich komm jetzt da nicht mehr hoch, ey. Guck, 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 guck. Ich hab heute meine... meine ultra schlechten fünf Minuten, glaub ich. Ich hab jetzt meine Sieger-Milgen. Deine fünf Jahre? Deine fünf Jahre, die alle zwei Minuten hast? Ja. Tschu, genau. Ich hab meine sieben nehmen. Oh, komm, ey. Cool. Nicht geschafft. Mal wieder. Geht das? Alter Puppel, hast du... Oh, Puppel. Hast du das geschafft, oder wie so ist Nacht? Tja, jetzt ist Tag, wa? Ja. Es wird draußen auch mal Nacht draußen, die weißt du schon. Und jetzt regnet. Ach so. Und jetzt nicht mehr. Ja. Oh Mann, Danny. Ja, ja bloß auch mit Regen, ey. Dann bricht meine Framerate wieder. Ja, meine Framerate ist auch... Ich bin ja runtergefallen, deswegen. Ja, genau. Nein, mein PC kommt mit Regen nicht klar. Ja, Mann auch. Meine Grafika ist einfach so schlecht dazu. Ja, 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 klar. Das ist richtig. Mann. Hallo. Mann. Hi. Hallo. 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 Tschüss. Tschau, Danny. Danny ist tot. Ja, ich habe... Ich habe diese Erde-Dings-Unitiert geschaffen. Ich glaube, Danny weiß, dass wir ihn noch... Oh. Dass wir ihn noch hören. Ja, ich glaube, Danny... Ja. Alten... Alten nicht mit, äh, Dings hier, oder? Hallo. Ja, ey, Alter. Immer noch. Das ist relativ... Behindert. Blatt ist... Blatt ist richtig leicht und... Gold ist einfach verfickt schwer. Wieder da. Gold ist einfach scheiße. Ja. Weiß ich nicht, die Sprünge sind alle nicht schwer, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Nein. Da reiht sich halt scheiße an, scheiße, was kommt raus. Gute Sache. Popcorn. Oh, Moment, Alter. Das ist ja doppelt böse. Oh, Moment, Alter, das ist ja doppelt böse. Oh, Moment, Alter, das ist ja doppelt böse. Ja. Hey, dann kam der Tossi da auch raus. Was? Und, äh, dann ist es noch eine dreifache Bereinigung. Das verstehe ich jetzt nicht. Das reibt sich scheiße an. Nein. Strafung muss sein. Ah... Das ist doch... Ich komme da nicht mehr rauf. Komm mal da. Wieso, irgendwie hab ich nen Trick dafür nicht raus? Man, denke ich schon wieder deutlich über mich. Irgendwie sind wir beim Neuladen die Frames kurz scheiße. Ja. Ach man, ich bringe da einfach rüber in diesen verkackten Block, ey. Mensch, denn ich bin jetzt zweimal gestorben, weil du mir die Sicht genommen hast. Ach, ich hab dir die Sicht genommen, ehrlich? Nur umgekehrt oder so? Nur umgekehrt? Halt die Klappe! Häh, mach auf! Ey! Oh, Alter, zum Glück bin ich auf den Block dahinter gesprungen. Schade, Mann! Wollte ich mal Anruf nehmen? Nein! Nein, Alter, Willi, jetzt halt mal auf, Mann! Mann, Willi, Mann, du bist doch so ein... Mann, das macht doch kein Pfannen, Mann, Mann! Na doch! Nein, das macht doch kein Pfannen, Mann! Pfannen, Mann! Nee, ich mach einfach kein Pfannen! Mach kein Pfannen, Mann! Nee, das macht doch kein Pfannen, Mann! Oh, nein! Mach kein Pfannen, Will! Nee! So! Oh, nein! Puppe, schiebt dich wieder vor? Ey, ich schiebt ihn mich gar nicht vor, ich bin gar nicht im Game-Mode-Poll-Host. Er ist gar nicht im Game-Host. Er ist im Fly-Mode, Leute! Ja! Hi, Willi! Hi, Puppe! Hi, Puppe! Also, und bitte, Mann, schlägt mich doch nicht runter, ich bin doch eh bei zwei Level hinter euch! Nein! Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass es so bleibt! Mann, Mann, ich schliegt... Mann, ich schliegt... Mann, ich schliegt... Mann, ich schliegt... Mann, ich hab einfach keinen Bock mehr! Mann, 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 Mann Der Rattenkäfig ist ausgebrochen. Wo ist denn Willi? Äh, Popcorn. Ach da. Nein, super holz. Bitte schläg doch mal mich nicht runter. Ich bin doch eh total weiter da. Alter, Mann, ey, man ist doch mal so dumm, Alter. Mann, Danny, ey. Hä? Ich hab ihn da nicht runtergeschlagen. Steht da irgendwo, dass ich den runtergehauen hab? Ja, ich hab ein Creative gemacht. Warum machst du ein Creative? Nein, 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 sonst hätte ich sterben müssen. Und darauf hatte ich keinen Bock. Wieso bist du gestorben? Ja, wieso, weil wegen Danny Gaube war. Du bist aber nicht gestorben. Oh, jetzt durchbring mal die Scheinmauer mit unseren Blütenköpfen. Mann, Danny.